Willkommen zu den heutigen Vivi News. Der Hulk AirDrop steht vor der Haustür und unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Disneyland Resort Collectable Drop an und es gibt auf jeden Fall einen weiteren sehr legendären Drop von Ron English. Das und auch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute bin ich mit einer Menge, Menge sehr, sehr cooler Drops mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Auf den Hulk AirDrop haben so viele Leute schon so lange jetzt gewartet und nun ist er doch jetzt endlich am Start und hier sehen wir jetzt den upcoming Hulk bzw. den kommenden Hulk, den wir als AirDrop sehen werden und der Hulk wird ja im Prinzip nur geairdroppt, wenn du die vier dazugehörigen Hulks davor gesammelt hast, dann bekommst du den AirDrop und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz hier die Details an. Das ganze Collectable ist hier animiert mit Sound, unter anderem eine Secret Rare und wie gesagt bekommt man nur, wenn man hier den Classic Hulk, den Maestro, den Red Hulk und auch den Planet Hulk hat, dann bekommt man hier diesen fünften und das Ganze wie gesagt ist auch eine Secret Rare, aber keine FA an dieser Stelle. Unter anderem müsst ihr das Collectable bzw. alle vier Collectables bis zum 27. September, das heißt bis zum Mittwoch, ich würde jetzt mal so schätzen, eher lieber bis Donnerstag halten und dann erst verkaufen, denn ansonsten bekommt ihr den AirDrop nicht am Freitag, das heißt am 29. September wird das Ganze dann geairdroppt. Es gab außerdem eine sehr interessante Entwicklung, was diese gesamten Collectables auf dem Markt angeht bzw. die Hulks, die es schon auf dem Markt gab, denn die haben tatsächlich ordentlich gelitten, darunter, dass jetzt dieser AirDrop kommt, denn viele Leute sind doch etwas enttäuscht gewesen. Beispielsweise hier den Planet Hulk hat es ordentlich nach unten gezogen, hier hatten wir einen Flop-Rest davor von 173 in etwa und jetzt plötzlich ist er nur noch bei 150 bzw. kurzzeitig hier sogar bei knapp 140. Das heißt man sieht ganz klar eine negative Reaktion hier aufgrund dessen, weil es dieser AirDrop geworden ist, weil einfach viele Leute enttäuscht gewesen sind. Was man an dieser Stelle sagen muss, wenn man hier davor auf diesen AirDrop gambelt und sich deswegen ein Planet Hulk beispielsweise gekauft hat, da muss man mit diesem Risiko rechnen, dass halt einfach auch der AirDrop von vielen Leuten nicht gefeiert wird und deswegen die Collectables extrem leiden werden, die man halt für den AirDrop braucht. Also an dieser Stelle, man kann nicht erwarten, dass mit jedem AirDrop die Collectables auch an Wert gewinnen und man diese teurer verkaufen kann, nur weil halt ein AirDrop kommt. Das ist meiner Meinung nach eine totale Fehleinschätzung und dementsprechend muss man hier wirklich auch für kommende AirDrops sehr, sehr vorsichtig sein. Man hat es gesehen, es kann sehr gut laufen, es kann aber wie in diesem Beispiel auch sehr schnell nach unten gehen und man kann eventuell sogar Minus machen, was man so eigentlich nicht mit einberechnet hat. Kommen wir als nächstes zu The Haunted Mansion Disneyland Resort Collectables und hier wird es jetzt spannend, denn das Ganze wird nämlich am Mittwoch um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen mit insgesamt ja einigen ikonischen Collectables. Wir sehen das Ganze natürlich wie immer hier im Whitelist Drop Format und als erstes sehen wir hier Madame Luetta als Uncoming animiert mit Sound. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussehen wird, bestimmt sehr, sehr gut. Zu diesem Collectable haben wir einen Listenpreis von 30 Gems, unter anderem eine Editionzahl von 2666 Stück und natürlich ist das Ganze eine First Appearance. Unter anderem haben wir als nächstes dann hier einmal Haunted Mansion Luck, das Ganze ist eine Rare, unter anderem, ja, wie ihr schon seht, Haunted Mansion steht da drauf. Das Ganze wird eine Editionzahl von 1969 Stück haben und natürlich auch an dieser Stelle eine First Edition sein, keine First Appearance, weil es an dieser Stelle ein Objekt ist und keine Figur. Als nächstes haben wir dann hier noch meiner Meinung nach das coolste Collectable von diesen gesamten Sachen, also nicht Bad Stanchion. Ich kann es natürlich jetzt aussprechen, ich hoffe es war richtig, das Ganze wird hier eine Editionzahl von 969 haben und ja, Listenpreis bleibt natürlich gleich auch First Edition, weil es ein Objekt ist. Und kommen wir nun zum letzten Collectable und zwar nämlich Haunted Mansion Poster und da könnt ihr vielleicht auch schon lesen, da steht AirDrop dahinter. Und jetzt wird es spannend und das muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut hier mit den AirDrops und zwar steht nämlich hier Purchase One of the Disneyland Haunted Mansion Attraction Props and Characters Series Collectable via Blindbox to receive one AirDrop Haunted Mansion Poster am 16. Oktober. Das heißt, ihr müsst ein Collectable kaufen, um diesen AirDrop zu bekommen. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr interessante Strategie, natürlich wahrscheinlich auch aus dem Grund so gemacht, einfach, dass mehr Leute kaufen, die dann halt den AirDrop haben wollen und den wieder zu verkaufen. Sehr interessante Herangehensweise, wir werden das Ganze hier auch als Secret Travel bekommen, beziehungsweise als First Edition unter anderem. Also meiner Meinung nach, dadurch, dass es auch ein relativ cooles Booster ist, wird es glaube ich relativ gut ankommen. Und schreibt mir auf jeden Fall auch sehr gerne deine Meinung zu dieser ganzen Entwicklung unten in die Kommentare. Als nächstes kommen wir zu einem Job von Ron English, der schon so lange angekündigt war und jetzt nun endlich droppen wird. Und die Rede ist an dieser Stelle vom Monopoly Mann und diesen haben wir tatsächlich schon vor einiger Zeit gesehen in einem Preview auf einer Con und nun ist es endlich soweit, dass wir ihn sehen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das gesamte Collectable ankommen wird. Eventuell wird es auf der New York Comic Con droppen, so wie es aussieht momentan auf jeden Fall. Und ich bin, wie gesagt, auf jeden Fall sehr gespannt, so wie es halt hier auch aussieht. Ja, Freiheitsstatue dahinter, würde ich jetzt denken, kommt auf jeden Fall dann zu New York Comic Con. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ankommen wird und schreibe mir gerne deine Meinung zu diesem gesamten Collectable auch unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video für heute. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.